Willkommen zu einer neuen Folge und heute reden wir nicht über das Thema Ernährung und auch gar nicht über das Thema Abnahme an sich, sondern über, wenn man das so nennen möchte, über das Thema Mindset, was ich ja auch immer als dritte Säule bei uns im Coaching anspreche, was eben auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, nachhaltig abzunehmen, wenn nicht sogar die wichtigste, weil es natürlich automatisch auch Einfluss auf die Ernährung und auf die Aktivität hat. Und vielleicht kennst du das, dass du selber häufig sagst, ich brauche, ich muss, ich kann nicht. Und diese Redensart, ich muss, ich brauche, ich kann nicht, hindert dich daran, viele Dinge zu erreichen, die du eigentlich erreichen könntest. Und was ich dir hier oder welchen Tipp ich dir geben möchte, ist immer mal genau darüber nachzudenken, Was eigentlich passiert, wenn du etwas sagst, wie ich brauche, als Beispiel, mein Nutella-Brötchen am Morgen. Ich brauche mein Latte Macchiato. Und ich will hier gar nicht sagen, dass man jetzt kein Latte Macchiato trinken kann und super schlank sein kann. Viele unserer Kunden trinken Latte Macchiato und nehmen erfolgreich ab, aber nur als fiktives Beispiel. Ich brauche meine Cola. Ich muss morgens dies und jenes essen, sonst starte ich schlecht in den Tag. Und wenn du sowas sagst, dann begibst du dich immer in die Opferrolle. Du machst dich zum Opfer der Umstände. Und du bist dann quasi passiver Teilnehmer des Lebens, weil die Wahrheit ist ja eigentlich, du möchtest dies oder jenes. Du möchtest morgens dein Latte Macchiato. Du möchtest morgen dein Nutella-Brot. Du brauchst es nicht. Du musst es nicht. Sondern du möchtest es. Und ich würde dir raten, so durchs Leben zu gehen, dass du nicht das Opfer bist, was herumgeschubst wird von den Umständen des Lebens. Ich brauche das Nutella-Brot, sonst klappt es bei mir nicht oder was auch immer. Sondern du gehst als aktiver Teilnehmer durchs Leben, der aktiv Entscheidungen trifft und die Dinge so gestaltet, wie er sie, wie du sie möchtest. Und einfach nur diese Änderung dieser Denkweise, was ja im Prinzip eigentlich ein und dasselbe ist, ob du jetzt sagst, ich muss oder ich möchte, macht langfristig einen gravierenden Unterschied. Weil du dann eben anders über Dinge denkst. Und du denkst, okay, ich brauche das dies oder jenes nicht. Ich möchte es. Denn im zweiten Schritt, wenn du ständig dann von ich möchte, ich entscheide mich aktiv dafür, redest, wirst du merken, okay, ich möchte, ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich möchte es nicht. Wenn du ständig davon redest, ich muss, ich brauche, dann ist es halt sehr, sehr schwer, davon wegzukommen. Wenn du jetzt aber das umswitchst und nur noch von ich möchte dies oder jenes essen, dann wirst du merken, es ist deine Entscheidung, dass du das machst. Du müsstest es nicht. Du kannst auch sagen, ich möchte nicht. Und du bist plötzlich in der Lage, dein Leben viel mehr so zu gestalten, wie du es gerne möchtest. Und du bist nun in der Lage, auch wirklich Dinge zu verändern. Und genau das ist eben notwendig auf dem Weg zu deiner Wunschfigur. Du musst raus aus dieser Opferrolle, aus dieser ich brauche aber und ich bin ja so und alles ist bei mir so, so schlimm und ich bin Opfer dieser oder jener Umstände. Davon musst du wegkommen und du musst eben dazu übergehen. Du gehst wie in einem Ego-Shooter durchs Leben und du entscheidest jede Sache aktiv selber. Du übernimmst die volle Verantwortung. Wenn du jetzt sagst als Beispiel, ich kann keinen Sport machen, weil ich muss abends auf die Kinder aufpassen und habe einfach insgesamt dann keine Zeit mehr für den Sport. Dann ist das in Ordnung. Ich würde dir raten, so zu denken, okay, ich habe einen relativ vollen Tag und ich möchte auf die Kinder aufpassen und ich möchte eben mir dann nicht die Zeit nehmen, dies oder jenes zu tun. Das ist sehr leicht gesagt. Und es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass du jetzt womöglich denkst, ach Jan, du hast keine eigenen Kinder, du kannst das gar nicht wissen, wie das eben ist. Ich verstehe das voll und ganz und es ist ja auch völlig in Ordnung, dann zu sagen, ich nehme mir dann nicht die Zeit für den Sport. Aber du sollst eben aus dieser Opferrolle raus und das eben etwas anders formulieren, anders darüber denken, damit du dann eventuell langfristig eine Lösung findest. Weil wenn du dann von diesem, ich kann nicht, eben übergehst und dieses, ich möchte nicht oder ich entscheide mich dazu, auf meine Kinder aufzupassen und nicht den Sport zu machen, automatisch darin übergehst, eben aktiv darüber nachzudenken, wie eine Lösung aber aussehen könnte. Weil es zu sagen, ich möchte dann keinen Sport machen, ist ja eigentlich nicht richtig, weil du möchtest es ja machen. Das heißt, dann fängst du automatisch an, okay, aber wie könnte denn eine Lösung aussehen, wie ich es doch integrieren kann. Wenn du einfach sagst, ich brauche oder ich schaffe es nicht, ich kann nicht, dann fällt halt dieser zweite Gedanke, wie eine Lösung aussehen könnte, einfach weg. Weil ich kann nicht, fertig. Wenn du sagst, ich möchte nicht, ich entscheide mich aktiv dazu, es nicht zu machen, dann tendiert man eben viel eher dahin, eben über eine Lösung nachzudenken. Ist jetzt, ja, etwas schwer zu erklären, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und viele solcher kleinen Dinge sorgen eben schlussendlich dafür, dass du generell einfach eine andere Einstellung entwickelst. Und eben die Einstellung entwickelst, die eben nötig ist, damit eine Person, die eben sich aktiv mit ihrem Gewicht beschäftigen muss, weil sie nicht eine Person ist, die von Natur aus schlank ist, eben auch wirklich dauerhaft schlank mit einer schönen Figur durchs Leben laufen kann. Und wenn du das möchtest, dann kostenloses Erstgespräch, janbarmann.de. Ich freue mich auf dich und ansonsten sehen wir uns in einer nächsten Folge.